Jetzt wird ja gleich sterben hier Guckt mal, Velos im Wasser, oh wieso rennen ey? Zappe zapo sitze da Hallo Ich bin umzwingend vom Velos im Wasser Das sind die Beach Boys War ich gut? Nee Nee Ansatz Ausführungen Alles Ich sehe Ja Ich bin umzwingend und er kommt noch zu Zwerthops Noch Ah Jetzt kommt der Zwerthops Nee, hier rein Uh, ein Router her Hallo, Router? Fuck Das mich doch tut Scheiße Wo kommt der denn auf einmal her, man? Und die Velos sind alle weg jetzt Der Zwerthops ist weggerannt, weil die Velos da waren und der Zwerthops rennt weg, weil der Wouter Raptor da ist Das zöhnliche ist immer so eine verpfiffenliche Eifende Ja Der rett mir mal, der und schnappt noch nie Keine Mistgröße Mal gucken, ob ich es noch bis zum Lager schaffe, bevor ich gleich sterbe Wenn ich den schlagen könnte, könnte man aber Neee, geht ja nicht Ja sowieso, man gibt ja irgendeine Variante, wie man die Dinger los will, ohne dass man halt Vielleicht springt er mich an mit mir gleich gut Ohohoho, das war wachsende Puh, Alter, ich will Herrlich Ja Meinst du? Das sah zumindest lustig aus Ich fand's witzig Hab Aysern gekämpft Ja, dann kann ich mir ja endlich mal Ausrüstung kaufen Yay Ja, und das ist nur weil gestern das Spiel abgestürzt ist Mit einer ganz tollen Fehlermeldung, das ist bestimmt wenig im Patch Überraschend bin ich Keine normale Fehlermeldung, so Ich hab nix, dann kaufe ich mir mal ein bisschen Ausrüstung Munition Nee, erstmal Waffen Was spielen wir mit? Hm Pfeil und Bogen, ich glaube ich nehme Pfeil und Bogen Shotgun, die hole ich mir vom Lager, die brauche ich mir nicht zu kaufen 50 Kaliber, habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt Na komm, Pfeil und Bogen 50, 60 Pfeile, so Shotgun Muni nehmen wir aber direkt schon mal mit 40 Schuss, ein bisschen Bugshot noch Bekleidung brauchen wir nicht, das ist unwichtig So, den Rest finden wir glaube ich selber Kleidung ist das für die Leute, die sich verstecken müssen, weil sie die Viecher nicht töten Wer hat den denn dahin gestellt? Wir nehmen auch noch 10 Heidrecke mit Wir haben es ja, der Reich Ähm, ja Jetzt starte ich genau da, wo ich angefangen habe Weil ich gerade nicht dumm bin So, alles übernehmen Oha, ist Noch? Funktioniert das? Ja, das Spiel stößt ab Nächster Ey, das Spiel ist am Arsch ey Für'n Arsch, für'n Arsch Ja Ich hab mir gerade Sachen gekauft Übernehmen alles im Inventar Klick auf Schließen Vom Bildschirm Spielabsturz Instant, nur die gleiche Scheiße Super, oh mein ey So Das war's dann wohl mit der neuen Folge Ja Scheiß Entwickler ey Sollen wir hier Scheiß Spiel fixen Kann doch nicht sein sowas Kann man ja nicht mehr spielen hier Cool